Hallo zusammen, ich bin unterwegs zur größten Privatbrauerei Deutschlands, nämlich der Combatbrauerei, die Liedt in Kreuztal. Wir fahren dorthin, weil der Arne einen Geburtstag feiern will und den kriege ich gleich auch noch vor die Kamera. Ich hoffe, der Blog gefällt euch und ich nehme euch dann mit auf die ganze Tour und natürlich dann das schöne Stelldich ein am Ende der Besichtigung. Hast du eine Grundlage geschaffen? Was denn, was hast du gegessen? Ein paar Brote. Ein paar Brote? Ja, ich war beim Burger King und habe da so einen Double Steakhouse Burger gegessen, sehr lecker. Aber ist natürlich nichts gegen einen selbstgemachten Burger oder klabere ich denn hier schon wieder? Oder ein schönes Brot. Oder ein schönes Brot, genau. Oder ein schönes Brot. Das war der Kronbacher-Brauerei. Mein Name ist Sohn, ich bin einer der Guides, der durch das Unternehmen Kronbacher Pilz wird, um Ihnen zu zeigen, wie wir bei uns hier unser Kronbacher Pilz und natürlich die diversen anderen Produkte aus unserem Hause herstellen. So, wir gehen jetzt langsam los. Sören ist unser Guide und schauen wir uns mal die Kronbacher Brauerei von Inland. Volledau groß und 75% des Weltbedarfs werden aus der Hallerschau auf Volledau bezogen. Wir werden jetzt erstmal kurz hier in der Antriebsebene kurz warten. Bier ist uns gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020